Zur Selbstbestimmung von Menschen gehört, dass Frauen selbst entscheiden, ob und wann und wie viele Kinder sie bekommen wollen. Eine kinderfreundliche Stadt ist dafür die eine Voraussetzung. Das Recht auf eine nicht diskriminierende medizinisch optimale Abtreibung ohne Zwangsberatung und fundamentalistisch-evangelikale Bedrohungen ist die andere Bedingung. Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche und queere Menschen haben ein Recht auf Sichtbarkeit und Unterstützung in allen Bereichen ihres Lebens. Dafür stehen wir ein. Untertitelung des ZDF, 2020 WDR 2021 WDR 2021